Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und heute gibt es mal wieder eine weitere Ausgabe der Hertha BSC. Es gibt wieder einiges rund um Hertha BSC zu besprechen und zwar möchte ich zum einen über Sano Schwarz sprechen, denn eigentlich sind wir uns alle einig, die Trainerdebatte ist mal wieder eröffnet. Wir haben jetzt letzt auch schon in den Streams über Sano Schwarz gesprochen und die Meinungen gehen definitiv auseinander. Einige sind der Meinung, dass man mit Sano Schwarz auch in die zweite Liga gehen sollte, wenn man absteigt und andere sind der Meinung, dass Sano Schwarz hätte schon vor zwei, drei oder vier Spielen hätte fliegen müssen. Und das ist eine Thematik, die möchte ich heute besprechen. Ich möchte ein bisschen über Sano Schwarz sprechen, auch über die Reaktion auf die Niederlage gegen Hoffenheim, denn dort gibt es auch ein interessantes Interview, was wir uns gleich durchlesen werden. Und danach möchte ich nochmal kurz über Triple Seven sprechen. Ich würde sagen, verlieren wir nicht so viel Zeit und sprechen wir genau erstmal über das Spiel gegen Hoffenheim und über Sano Schwarz. Denn ja, das Hoffenheim-Spiel ist vergangen und ich bin ehrlich, ich bin richtig unzufrieden. Denn dieses Hoffenheim-Spiel hat für mich gezeigt, dass unsere Mannschaft echt noch nicht gescheckt hat, dass wir im Abschiedskampf angekommen sind. Wir haben uns gegen Hoffenheim echt vorführen lassen. Es war ein Offenbarungseid und im Endeffekt sind wir jetzt wieder mittendrin im absoluten Abschiedskampf. Wir stehen auf Platz 16, Hoffenheim hat uns überholt. Wir haben gegen einen direkten Konkurrenten verloren, wo es eigentlich verboten war zu verlieren. Wir haben uns wirklich vorführen lassen und haben definitiv nicht unsere normale Leistung erreicht. Und Sano Schwarz ist auch ein Grund dafür, meiner Meinung nach. Ja, das Hoffenheim-Spiel war eine Katastrophe. Kein Kampf, kein Einsatz, keine Leidenschaft, kein Willen. Und irgendwie dieser Haufen hat nicht wie ein funktionierendes System gewirkt. Diese Dreierkette war genauso fehleranfertig und defensiv instabil wie die Viererkette. Und insgesamt weiß ich überhaupt nicht, was das Team in den letzten zwei, drei Wochen gemacht hat. Wir machen auswärts ganz schlimme Spiele. Nicht nur jetzt das Leverkusen-Spiel, sondern auch das Hoffenheim-Spiel hat gezeigt, dass irgendwas in den Köpfen mit den Spielern ist, warum man auswärts nicht agieren kann wie zu Hause. Und Hoffenheim ist jetzt nicht gerade ein Hexenkessel. Ich finde, das Hoffenheim-Spiel hat gezeigt, dass wir wirklich ein riesiges Problem haben. Dass wir defensiv sowie offensiv einfach nicht bundesligatauglich sind. Dass unser Kader, vor allen Dingen die neuen Spieler, die wir jetzt im Sommer geholt haben, wie zum Beispiel ein Oremovic, ein Kenny, ein Rochel, allesamt riesen Flops sind. Und dass wir meiner Meinung nach kaum Bundesliga-Qualität haben. Ich finde allgemein, dass das Spiel gegen Hoffenheim eine Katastrophe war. Es hätte nicht schlimmer laufen können. Wir haben uns vorführen lassen gegen Hoffenheim. Die waren 14 Spiele sieglos. Und jetzt müssen wir jetzt zusehen, wie wir die Klasse halten. Wir haben uns von der schlechtesten Seite gezeigt. Wir haben uns wie ein Absteiger präsentiert. Und mit einer solchen Leistung gegen den 18. Platz, weiß ich gar nicht, gegen wen wir überhaupt gewinnen wollen. Wir haben jetzt noch 9 Spiele offen. Aber 5 von diesen 9 Spielen sind Auswärtsspiele. Und irgendwas ist doch mit diesen Auswärtsspielen falsch, dass man sich jedes Mal so abschlachten lassen muss. Wir haben auch schon in den Auswärtsspielen in der Hinrunde echt keine gute Form abgeben. Haben immer Last-Minute-Tore kassiert. Gegen Mainz, gegen Stuttgart. Und es gab Nackenklatsche nach Nackenklatsche. Und jetzt ist Salo Schwarz gefragt. Erstmal, Salo Schwarz wird wohl VR-Trainer von Hertha BSC bleiben. Er hat jetzt 2 Wochen Zeit. Es gibt jetzt erstmal diese Länderspielpause. Übrigens, während dieser Länderspielpause gibt es ja das Benefit-Spiel gegen den Berliner AK für die Erdbeeren-Opfer in Syrien, wo auch nochmal Spenden gesammelt werden. Ich glaube, Hertha BSC verkauft auch noch Artikel. Schaut mal auf deren Twitter-Kanal vorbei, wenn ihr auch zu diesem Spiel kommen wollt. Ja, soviel nochmal dazu. Aber, um jetzt wieder zurückzukommen. Hertha BSC hat jetzt erstmal eine Woche Pause. Die Länderspielpause steht an. Und Salo Schwarz ist sehr gefragt. Erstmal hat er jetzt ein Interview gegeben mit der BILD, wo so ein bisschen aufgeklärt wird. Salo Schwarz hat gesagt, dass das Spiel gegen Hoffenheim absolute Zeitverschwendung war. Zitat. So aufzutreten, das ist Zeitverschwendung. Die Leistung ist enttäuschend und frustrierend. Das muss Wut erzeugen. So wollen wir nicht auftreten. Die Basics müssen wieder stimmen. Und das wird Inhalt der Länderspielpause. In der Länderspielpause soll das Team ganz klar zu den Basics geführt werden. Und man möchte wieder erneut angreifen. Außerdem geht Salo Schwarz jetzt in die Gespräche. Das heißt, es wird jetzt sehr viele Gespräche geben mit den Spielern. Vielleicht auch so ein bisschen mit einem psychologischen Aspekt. Weil die Auswärtsspiele, es kann ja nicht sein, dass man dort sich von einer ganz, ganz üblen Seite zeigt. Aber das war auch schon in den vergangenen Songs so, dass wir auswärts einfach nicht in unser gewohntes Leistungsziel geworden gekommen sind. Und Hoffenheim, nehmt es mir nicht übel, Hoffenheim ist jetzt nicht gerade ein Hexenkessel. Das ist eine halbleere Arena, wo 30 Hoffenheim-Ultras stehen und da ein bisschen singen. Also da brauchen wir jetzt echt keinen Schiss haben. Irgendwie, wenn man jetzt zum Beispiel zu Schalke oder so gehen würde, dann würde ich es ja noch halbwegs verstehen. Von daher muss definitiv irgendwas in den Köpfen sein, dass man auswärts so irgendwie Hemmungen zeigt. Ich bin ehrlich, das Spiel war ganz, ganz übel. Wir haben nicht gekämpft. Wir waren gar nicht eklig. Wir waren gar nicht aggressiv. Unser Passspiel war katastrophal. Es kann nicht sein, dass wir seit wirklich einigen Spielen eine Passquote haben, die unter 65% fällt. Und das liegt nicht nur an den langen Bällen, die wir ständig schlagen, sondern auch allgemein. Ganz Kurzpassspiele über zwei, drei Stationen, die kommen einfach nicht an. Und das ist teilweise echt erbärmlich zuzusehen. Und auch das Verteidigen. Was ist denn mit unseren Verteidigern los? Dass man ständig individuelle Fehler verursacht, dass wir ständig Tore kassieren, wo man sich fragt, wie kann man denn da Tore kassieren? Dass wir die gegnerischen Offensivspieler so passieren lassen, dass wir teilweise nur über Gleitschus gehen, anstatt aggressiv Mani in Gretzis zu gehen, anstatt unser Tor mit Herzl zu verteidigen. Das gibt es ja kaum noch. Und unser Pressing, unser Anlaufverhalten, das ist auch mehr als gruselig. Anstatt, dass wir die Priorisierung auf die Verteidigung setzen, setzen wir überhaupt keine Priorisierung und laufen ein bisschen über den Platz und tuckern so ein bisschen vor uns hin. Ich habe das Gefühl, dass die Spieler schon teilweise mit Hertha BSC abgeschlossen haben, dass sie nicht mehr alles für den Verein geben. Und das kann ein ganz, ganz übles Ende nehmen. Und Sano Schwarz ist für mich so ein bisschen auch Grund dafür. Die BILD hat jetzt am Anfang der Woche, das heißt heute, einen Artikel veröffentlicht, wo man ein bisschen über Plan B philosophiert. Es gibt wohl einige Gerüchte, dass Markus Gießdoll, Trainer, also Ex-Trainer von Lokomotiv Moskau, der war auch schon mal in Köln und Hoffenheim aktiv, dass er wohl Plan B sein könnte. Aber der Bericht ist super spekulativ und darauf möchte ich nicht weiter eingehen. Trotzdem recht interessant. Sano Schwarz steht wohl nicht auf der Kippe und soll auch mindestens noch das Freiburg-Spiel bekommen. Und ich weiß nicht, ob ich mit dieser Entscheidung zufrieden bin. Sano Schwarz, ich bin langsam echt skeptisch, was das angeht. Ich bin sogar sehr skeptisch, was das angeht. Denn die Leistungen sind seit Ende der Hinrunde Woche für Woche schlechter geworden. Die Systemumstellung hat zwar gezeigt, dass er ein bisschen flexibel ist, aber die hat viel zu lange gedauert. Und jetzt auch mit dem neuen System weisen wir immer noch richtig viele Defizite auf. Ich bin ehrlich, wenn man mal schaut auf Bochum und Schalke, wie die das machen, die spielen ekligen, aggressiven Fußball, verteidigen mit Herzblut. Und wir, wir versuchen unsere Punkte mit schönen Spielen zu holen. Aber das ist ja auch noch nicht schön, was wir spielen. Das ist nichts ganzes oder nichts Halbes. Und Sano Schwarz ist für mich als Trainer auch langsam einfach ein bisschen überfordert mit der Situation. Er hat einen Punkteschnitt von 0,81. Das ist fast der gleiche Punkteschnitt wie Korkut. Und im DFB-Pokal sind wir in der ersten Runde rausgeflogen. In der Bundesliga stehen wir auf Platz 16 nach 25 Spieltagen. Wir haben keinen Ertrag aus unseren Spielen so richtig gefordert. Und ich bin ehrlich, ich bin von Sano Schwarz immer und immer weniger überzeugt. Zumal es für mich nicht nach einem wirklichen Plan aussieht, wie wir denn da teilweise auftreten. und ich finde, man muss ihn langsam auch in die Verantwortung nehmen. Allein, wenn man sich unser Mittelfeld anschaut. Das ist so unkoordiniert. Da ist kaum Struktur drin. Allgemein, das ganze Spiel, kaum Struktur, kaum Automatismen und seine Einwechslungen. Ich sage dazu kaum mehr was, aber was ist denn das Kenny? Also das ist ganz, ganz übel und ich bin echt nicht zufrieden. Ich glaube, man sieht schon wieder, dass ich heute ein bisschen traurig bin, was das angeht. Und dass die Stimmung in dem Video nicht so großartig bin. Aber ich möchte auch mal ein bisschen was von der Seele reden, zumindest was Sano Schwarz angeht, denn Woche für Woche bin ich weniger überzeugt. Wir sind einfach nicht erfolgreich in Sano Schwarz. Wir holen nicht die wichtigen Punkte und wir haben auch teilweise keine Qualität. Das ist momentan sehr, sehr schwach, wie wir spielen, vor allen Dingen, wie wir mit dem Ball spielen, dass wir mit dem Ballen nichts anfangen können, dass wir die Bälle nach vorne preschen, aber denn auch dort kein taktisches System herrscht, wie wir denn agieren wollen. Es ist ein katastrophales Passspiel. Man spürt kaum Willen und gar keine Spielfreude und ich finde, dass langsam Sano Schwarz für mich an der Zeit ist, sich zu hinterfragen. Ich habe das Gefühl, die Jungen stehen da nicht, weil sie Bock auf Fußball haben, sondern weil sie da stehen müssen. Und das machen halt eben Schalke und Bochum eben anders. Und deshalb stehen die auch momentan vor uns, beziehungsweise Schalke steht hinter uns, aber sind vermehrt. Das dauert nicht mehr lange, dann steht Schalke auch vor uns. Die haben jetzt die ganze Rückrunde nicht mehr verloren. Und ich bin ehrlich, ich bin nicht dafür ständig, den Trainer rauszuhauen, wenn es mal nicht läuft. Aber der Abstieg ist teurer. Und wenn wir zu lange auf den falschen Trainer setzen, dann wird es unfassbar eng mit dem Abstieg. Denn momentan sehe ich da kein System hinter und sehe auch nicht, wie wir den Klassen halt halten wollen. Zumal eine Sache muss ich noch kritisieren, unsere Standards. Was machen die im Training? Trainieren die das überhaupt? Also das ist ja Wahnsinn. In der letzten Saison war es ähnlich. Bevor Felix, Margaret und Mark Furlingham kamen, hatten wir kein Standard-Gegentor, beziehungsweise kein Standard-Tor geschossen. Als dann Furlingham zusätzliches Standard-Training angeführt hat, haben wir plötzlich drei Standard-Tore gegen Hoffenheim geschossen und haben auch in der Relegation nur wegen Standards gewonnen. Da wissen wir, der Marvin Platten hat mit seinem Zauberfuß dieses Tor erzielt und eben auch Derek Boyata. Von daher ist das auch ein Punkt, den man kritisieren muss. Aber diese ganze Trainer-Debatte, das ist sehr, sehr unfair, wie ich finde, denn Sano Schwarz macht meiner Meinung nach jetzt zumindest zur Hälfte der Zeit echt einen guten Job. Die Hinrunde war phasenweise echt gut. Er ist ein Trainer, der immer emotional dabei ist und den ich auch eigentlich in mein Herz geschlossen habe. Für mich ist nicht Sano Schwarz der Hauptschuldiger in der Situation, sondern das Team. Das Team ist untrainierbar. Es ist ein zusammengestellter Haufen voller Flops. Voller Flops. Die Sommer-Transfers waren ein Desaster. Die Winter-Transfers zeigen jetzt auch langsam, dass sie sich auf dem Niveau der anderen Transfers angepasst haben. Aber trotzdem, wenn man irgendwie die Klasse halten will, dann ist ein Trainerwechsel die letzte Patronie, die man ziehen kann. Und für mich gibt es dann nur einige Kandidaten, die in Betracht kommen. Das ist zum einen Gisdol, Felix Magath, der sich natürlich diese Aufgabe nochmal antun würde. Das hat er ja mal in einem Interview mit Sky90 gesagt. Und hat eben ein paar Aldadei. Von daher würde ich mich von Sano Schwarz trennen. Aber da man es jetzt nicht tut, wird es glaube ich zu spät sein. Denn es sind jetzt noch neun Spiele und die Länderspielpause wird dann vorbei sein. Und dann sind diese neun Spiele ganz schnell wieder vorbei. Dann sind es ja eben auch nur acht Wochen. Und es reicht ja nicht nochmal, wenn man zum Beispiel gegen Freiburg oder danach, gegen wen treffen wir danach, gegen Werder Bremen oder so, wenn man dann verliert, dann ist es ganz schnell wieder vorbei. Und dann hat der neue Trainer kaum Zeit, sein System zu entdeckern. Das heißt entweder jetzt oder dann wird es zu eng. Das ist so meine Meinung. Aber momentan steht eine Sache für mich fest. Das Spielverständnis fehlt. Die Spieler rennen wild rum. Kaum Verständnis ist da. Die Passquote ist eine Katastrophe. Die Standards sind eine Katastrophe. Und trotzdem sind kaum Abläufe vorhanden, obwohl Sano Schwarz schon seit Anfang der Saison da ist. Und für mich ist es eine Personalie, die man hinterfragen muss. Von daher würde ich hier irgendwie Sportdirektor sein. Würde ich so langsam zumindest mal in Sano Schwarz zweifeln und definitiv Konsequenzen aus diesem Hoffenheim-Spiel ziehen. Ich hoffe bloß einfach, dass die Heimspiele es jetzt rausretten. Aber wir haben nur noch vier Heimspiele. Gegen Leipzig ist ein wichtiges. Danach gegen Bremen und dann gegen Stuttgart und Bochum. Daraus müssen wir mindestens neun Punkte holen. Und auswärts müssen wir liefern. Gegen Schalke muss ein Sieg her. Vier Siege sind noch Pflicht. Danach kann man sich entspannen. Und Sano Schwarz steht hier vor einer riesen Aufgabe. Und ich weiß nicht, ob er für diese Aufgabe gewachsen ist. Das ist meine Meinung zu diesem Thema. Soviel zu meiner Meinung zum Trainerwechsel. Kommen wir nun ja zu zweitem Thema des Tages und zwar geht es um Triple Seven. Und zwar kam heute Morgen ein Bericht der Süddeutschen Zeitung Online und zwar ist die Überschrift dieses Berichtes Geld aus Saudi-Arabien bei Hertha WSC. Es geht nämlich darum, dass der neue US-Investor Triple Seven unser neuer Investor wohl um weitere Finanzpartner buht und dass er möglicherweise auch Finanzpartner aus Saudi-Arabien kommen können, um halt eben zum Beispiel die Geldflüsse zu erweitern. Ja, ich finde hier wird schon wieder sehr viel ich sage mal Wirrwer gemacht, denn Hertha BSC kann ja dafür nichts. Hertha hat eben keinen Einfluss darauf, wie Triple Seven ihr Geld erlangt oder wie die Geldschirmen von Triple Seven sind. Man hat überhaupt, ich habe ja überhaupt keinen Überblick, wie die Investments von Triple Seven aufgebaut sind. Es ist ja mehr als nur eine reine Fußballsparte, sondern es ist ja ein vielseitiges Unternehmen mit verschiedenen Budgetzusammensetzungen. Von daher weiß ich da gar nicht, wie sich die einzelnen Budgets zusammensetzen. Aber ich finde, hier wird schon wieder krass gegen Hertha BSC geschossen und ja, vor allen Dingen auch gegen Berge und Herrich. Denn dieser Triple Seven Deal hatte vor allen Dingen einen Zweck. Der Zweck war, dass wir auch die Lizenz erhalten und das ist ein essentieller Deal für das Überleben des Vereins gewesen. Das ist halt eben so ein Ding und hier kann ich glaube, Hertha keinen Vorwurf machen. Ich finde, dass dieses saudische Geld, was ja noch nicht mal klar ist, ob es überhaupt kommt, hier extrem gegen Hertha BSC verwendet wird. Für mich ist das ein spekulativer Bericht von der Süddeutschen Zeitung und selbst wenn es so ist, ja, dann ist es halt so. Für mich wird hier aber deutlich überreagiert. Nun ja, so, wir warten auch mal ab, was jetzt da noch die nächsten Tage an anderen News folgt. Ja, an dieser Stelle war es erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft die Hertha und die Bundesliga verpasst. Wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Video. Bis dahin, schönen Tag euch noch und tschüss. Und ja, wie gesagt, es wird schon bei Hertha BSC. Wir werden es schon schaffen. Wir werden es schon schaffen.